Moin Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Fortnite Challenge Video, dieses Mal aus Chapter 2. Wir befinden uns im Kapitel 2. Es gibt eine neue Map, das ist eine sehr krasse Veränderung. Und da wir die Map alle noch nicht sehr gut kennen, zeigen wir euch heute, wo ihr das O im Ladebildschirm finden könnt. Es handelt sich bei dem Ort auf dem Ladebildschirm, wie wir hier schon sehen können, es ist das Panorama auf dem Ladebildschirm. Und es handelt sich bei dem Ort um Craigie Cliffs. Und das O befindet sich auf diesem Ladebildschirm, direkt unter diesem Haus, was hier direkt an der Klippe gebaut ist, unter diesem Holzgerüst, hier in der Ecke. Da haben wir es gefunden. Und ja, wenn es euch geholfen hat, dann lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal, bis zur nächsten Challenge. Haut rein. Ciao.